Servus und hallo zu Star Trek Timelines in einem unendlichen Weiten des WeltEyes und diesmal wieder auf meinem Hauptaccount, allerdings immer noch am Tablet. Normalerweise bin ich am Tablet auf meinem Free2Play Account eingeloggt und den Hauptaccount spiele ich auf Steam. Geht ja aktuell nicht, weil die Festplatte noch nicht da ist, also weil die Festplatte kaputt ist, der PC noch nicht da ist. Der PC soll wohl irgendwann mal so Anfang November eintrudeln, nach einem Monat Bestellzeit, aber zumindest arbeiten sie jetzt schon mal dran. Das ist schon mal sehr nice, die Komponenten scheinen angekommen zu sein und sie sind jetzt am Arbeiten. Ich frage mich zwar immer noch, warum sie nicht vorher schon angefangen haben zu arbeiten und das Ganze mit so Dummy-Komponenten aufgefüllt haben, aber die werden schon ihre Begründung haben. Guti, also ich bin hier wieder auf dem Hauptaccount, schauen wir uns mal da den Fortschritt an. Aktuell Level 93, heute noch nicht eingeloggt gewesen, drum mache ich hier gerade so ein bisschen Daily Stuff. Scannen, die Reise bearbeiten, die werde ich wahrscheinlich auch gleich zurückrufen. Where Earth meets Sky, genau, da wollen wir doch auf jeden Fall die Station zerstören, damit sie dem Planeten nicht schadet. Ah ja, alles klar, wir kriegen wieder mal einen 4-Sterne-Dude, den wir schon haben. Das ist doch auch das Übliche. So, es ist heute ein bisschen früher als normalerweise, denn die Zeitumstellung hat auch Tilting Point mitbekommen. Und wie schon zu Zeiten von Disruptor Beam, war es so, dass im Sommer andere Zeiten sind als im Winter. Und deswegen startet jetzt zum Beispiel das Event schon um 17 Uhr. Scannen, scannen sage ich Daborat, dann um 18 Uhr drehen. Also alles eine Stunde früher, das halt auch mitbedenken dann, wenn ihr am Ende seid vom Event und noch einmal richtig reinhauen wollt, in der letzten Stunde, dass das halt dann auch verzögert ist um eine Stunde. Ich persönlich verstehe den Grund nicht, dass man da sagt, unterschiedliche Zeiten für Sommer und Winter, warum man das nicht immer generell zur selben Zeit macht. Das leuchtet mir nicht an, aber gut. So, da holen wir auch noch die Dailies ab, Tagesbelohnungen. Ich hoffe, es raschelt gerade nicht zu sehr. Das liegt am Kabel vom Headset. Gut, so, und dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal rein ins neue Ereignis. Außerdem möchte ich mir heute eine Z-Portal-Frage stellen, nämlich, ob es lohnt, sich Schiffs-Packages zu kaufen. Da möchte ich mir einfach heute eins kaufen und mal gucken, was drinnen ist. Ich erwarte schon eine Antwort. Also ich weiß schon circa, könnte ich mir vorstellen, was da rauskommt. Aber wir werden uns das anschauen. In den Nachrichten schon mal auch noch, bevor ich es vergesse, denn beim letzten Mal habe ich euch das angekündigt und dann nicht gezeigt. Smoke & Mirror Collection, eine neue Kollektion gibt es jetzt. Und außerdem eine neue Kampagne mit den Oven-Paris und den Determined-Paris. Den Determined-Paris haben wir uns beim letzten Mal schon angeschaut. Was wir aber noch nicht geschaut haben, ist, dass wir uns die Collection anschauen. Dazu schauen wir mal rein, zu Sammlungen, Scroll, Scroll, Rauch und Spiegel. Das ist die. 24 von 25, also läuft ganz gut bei mir, würde ich sagen. Wen könnte ich denn da noch unsterblich machen? Ja, aktuell eventuell der Jack of 4 Sterne ist und deswegen leichter geht als die 5 Sterne Dudes. Aber ich habe es dabei nicht eilig. Aber mal gut zu wissen. So, dann schauen wir uns noch. Ja, danke, wir wissen, dass die Kampagne beendet ist. Schauen wir uns die neue Kampagne an, hier mit dem Oven-Paris. Den gibt es wieder bei 20, 40, 60, 80. Und zusätzlich den entschlossenen Paris, den Klingonen. Der, wie gesagt, keine üblen Werte hat. Kann man durchaus bauen. Technische Missionen, die hole ich mir jetzt einfach auch noch ganz kurz ab. Ach bitte, auch bitte, nicht immer rausgehen. Das nervt mich ein bisschen am Tablet. Vor allem, dass Dinge dabei sind, die ich euch offenbar nicht abschließen kann und abholen kann. Na gut, egal. Wir schauen uns mal das Event an. Eins-Körmisch-Event, sehr geil. Ereignis betreten, das machen wir gleich hier live. Ich stelle auf Episch. Wir suchen uns ein Fünf-Stelle-Schiffchen. Da wird es doch wieder meine geliebtete Korra Kraten sein. Die rüsten wir doch mal aus. Gehen auf Scorish beginnen. Kostet uns eine Transmission. Und dann wähle ich die Crew aus. No, draufklicken und hoffentlich passiert irgendwas. Sehr schön. Ausgezeichnet. Da holen wir uns mal die erste Kili. Und die zweite Kili. Suchen wir uns die, bevor es wieder ewig dauert. Kili. Guti. Okay, so. Und dann brauchen wir noch einen Spucki. Spucki, Spocki. Mega-Event-Charakter für den besten Bonus. Und den letzten Platz, Spucki, Spocki, ist treffsicher. Das ist ausgezeichnet. Mit einer Aktivierung von 8 Sekunden durchgeht. Kann man machen. Ist nicht allzu verkehrt. So, und dann brauchen wir noch einen, der bestialischen Damage macht. Per sofort. Der GARF. So, und dann gehen wir mal auf Energie. Energie. No. Du schaffst es. Du schaffst es. Sehr schön. Da läuft alles durch. Der Gegner explodiert. Zerspringt in alle Einzelheiten. Und wir holen uns Credits ab. In dem Fall gleich den nächsten Karten. Kampf mit Kili-Kili. GARF und dem Spock. Wichtig, es muss der Spock sein, damit es den meisten Bonus gibt. Ich habe hier schon tausende Videos dazu gemacht und euch das gezeigt, wie man den besten Bonus kriegt. Aber vielleicht ist es immer wieder ganz nett, um es in Erinnerung zu rufen, wenn ich das erwähne, sobald halt ein entsprechendes Event live ist. Wieder Credits dabei. Wieder auf Energie. Kampf 4 von 5. Ja, 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 passt. Braucht übrigens nicht auf dem hohen Level sein. Der Event-Charakter reicht, wenn er auf Level 1 ist. Auch dann gibt er den vollen Bonus. Das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel den neuen oder die neue, die man kriegt, gleich einsetzen. Das ist auch kein Problem. Perfekt. Haben wir einmal abgeschlossen. Beim nächsten Mal kostet es 20 Geheiminformationen. Okay, alles klar. Wir gehen auf Belohnung abholen und holen uns die neue ab. Und die werden wir uns auch gleich anschauen. Die Zara-Bett. Bestenliste, ne, brauche ich nicht. Wollt ihr eigentlich zu den Belohnungen. Und wir sehen schon, da gibt es den Ryker O'Dan. Werden Sie euch denken, Ryker O'Dan, der sagt mir doch was. Und ja, dann habt ihr recht, den gab es schon. Ich suche mal nach Data Core. Star Trek Timelines Data Core. Schauen wir uns mal an, wie gut der ist. Das ist nämlich beim nächsten Mal wieder ein Rerun-Event. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es sich wieder um ein Shuttle-Event handelt. Der Ryker ist Mensch, Trill, Föderation, Sternflotte, Botschafter, Querdenker, Spieler und Romantisch. Er ist Tier 4. Das heißt, ist okay. Kann man brauchen. Science und Diplomatie. Eine recht gängige Mischung. Wer Science hat, hat auch meistens Diplomatie. Erhöht die Genauigkeit und 10 Sekunden Initialisierung. Auch da nichts besonders Tolles. Sonst Events, in 15 Events war er dabei. Voyager Rank 86. Das heißt, das 86 Beste für Voyagers. Ja, kann man machen. Cyborg gibt schon länger im Spiel. Vulkania, Inspirin, Spektuell, Forscher, Counselor und Telepath. Drei Sterne haben wir die Lieutenant Zavik dabei. Zwei Sterne, wir haben es uns eh schon abgeholt. Die T'Pol. Wissenschaftsoffizierin T'Pol. Und bei der vier Sterne Dudes haben wir die Zavik dabei. Die neue Sarpeidon-Überlebenskünstler verzweifelt. Mal wieder. Aber diesmal nicht an letzter Stelle. Einfallsreich, romantisch, clever, Zivilist, Pfleger. Ganz allein 5000 Jahre in der Vergangenheit gefangen, verliebt sich Zarabet in einen überraschenden Besuch Spock. Also in dem Mega-Event gibt es irgendwie lauter Mädels, die auf den Spock stehen. Wahnsinn. Der Spock. Ein Frauen-Schwan. Unfassbar. Gut, dann haben wir uns das Event angeschaut. Die ist jetzt auch einmal durchgeflogen. Nachrichten war man. Dann schauen wir ins Zeitportal rein. Da haben wir die Layla. Vom letzten Mal. Die Zarabet, Cyborg. Shakari. Shakari. Dann ein Schiffspaket. Dazu kommen wir gleich noch. Kostümparty mit einem neuen vier Sterne Harry Kim. Nämlich den Fairhaven Kim, glaube ich, heißt er. Fairhaven Kim, genau. Den habe ich auch. Den können wir uns dann auch anschauen. Dann berechnete Streiks. Da habe ich auch zugeschlagen. Weil die Packages gibt es gerade für 390 Delizium. Normal rate ich immer dafür, dazu am Ende vom Mega-Event hier zuzuschlagen bei den Packages. Sprich, wenn dieses Event jetzt vorbei ist, dann gibt es auch wieder ein tolles Package für 390 Delizium. Ich muss sagen, mittlerweile haben sie jetzt seit zwei oder drei Wochen da nachgezogen und haben hier auch mal immer wieder unter der Woche 390 Delizium Angebote. Und das ist ganz nice. Gerade bei mir zum Beispiel. Ich hatte den Solok noch nicht voll. Den vier Sterne Diode hier. Und habe deswegen da zugeschlagen. Und habe die O auch noch nebenbei bekommen zweimal. Also ganz praktisch. Bei dem daneben Troy und McCoy habe ich schon den Spock-Boy nicht unbedingt. Das heißt, da werde ich nicht zuschlagen. Warte ich dann eher wieder auf den Sale vom Mega-Event. Und wie gesagt, nach dem Event. Premium Packages 19 im Moment ungeöffnet da. Das werden auch noch mehr werden. Denn ich möchte ja erst warten, bis wieder eine neue Crew im Zeitpartei verfügbar ist. Weil aktuell macht es keinen Sinn. Wenn ich was öffne, steht meistens da. Habt ihr schon? Also hast du schon, hast du schon, hast du schon. Können wir uns anschauen. Komm, machen wir uns auf. Machen wir ein Pack-Opening. Das wurde sich auch gewünscht, dass ich wieder mal eins mache. Sehr schön der Kirk. Nächster Kirk. Hammer natürlich schon voll. Sonst nix dabei. Ich gehe auf Crew entlassen. Und das war's. Und ja, das Ganze würde jetzt 18 Mal so ablaufen. Vielleicht hätte ich mal Glück, einen 5-Sterne-Dude zu kriegen. Aber ansonsten ist es leider sehr enttäuschend. Gerade was Lilane betrifft. Auch hier wieder den Dock habe ich schon. Kann ich gleich wieder wegkicken. Das bringt leider nicht so viel. L'Oreal, die Dura-Schwestern sind schon lange fusioniert. Auch da brauche ich nichts. Das ist leider ein bisschen enttäuschend. D'Aborad kann ich mal nicht drehen. So, was wir uns anschauen wollen, ist verlorene Leben und was für Schiffe denn dabei sind und wie das Ganze so abläuft. Denn ich rate eigentlich immer dagegen und sage immer, das wird sich nicht lohnen, an so ein Schiffspaket. Ich habe aber noch nie eins gekauft. Und deswegen dachte ich, dann mache ich das einfach mal. Es gibt die USS Enterprise NCC-1701A. Die habe ich noch nicht voll. Und von dem her, schauen wir uns das einfach mal an. Romulanischen, Deridex, Warbird habe ich schon voll. Und Terran, Terran Constellation, weiß ich nicht. Doch, müsste ich auch voll haben. Aber wir schauen uns das an für 390 Delizium, 350 Delizium. Auf dem Hauptaccount, weil da habe ich mehr Delizium beim 3-2-Play-Account würde ich das Kotzen kriegen, glaube ich. Wenn ich das gut erspiete, Delizium dafür verschwenden würde. Ah ja. Wow. Wow. Das war ja richtig episch. Also Goldende war nicht dabei. Es war das angekündigte, die angekündigten Deridex, Warbird waren dabei. 100 jeweils. Muss jeder wissen, ob das für ihn in Frage kommt. Ich sage mal, Nö. Nö. Lass mal stecken. Den Kim wollte ich euch noch zeigen. Den 9. Da unten war er eh schon. Der Fairhaven Kim ist noch auf keinem hohen Level. Ist auch nur auf einem Stern. Der ist Föderation, Mensch, Sternflotte, kostümiert, romantisch und Musiker. Mit einem Treffsicherheits-Perk. Guti, gut. Dann die Zara-Bait, die haben wir auch noch. Was gibt die eigentlich? Ausweich-Chance. Gut, wissen wir das auch. Nebenbei bin ich fleißig am Hochleveln von 1-Sterne- und 2-Sterne-Leuten, die schnell hochzuleveln gehen. Mittlerweile weiß ich da schon ganz gut, welche einfach zum Leveln sind und welche nicht so einfach sind. Würde eher Abstand nehmen von Romulanern oder Vulkaniern oder, ja, Vulkanier gehen. Von Romulanern oder Ferengis oder Odo zum Beispiel. Alles so Items, die man meistens nicht so auf der Kante hat. Menschen zum Beispiel gehen easy, kann man schön durchleveln, so ein Riker oder am liebsten den Chekhov und den Zulu, weil die halt so richtig schön durchpowern gehen. Die Uhura ist auch okay, wenn ich die auch mal wieder hochleveln. Ich habe auch einen 2-Sterne-PK, den ich gerade noch am Arbeiten bin. Und warum ich das mache, ist einfach, dass ich bei den Erfolgen auf die 600 kommen möchte. Das ist die vollständige Marke, mehr geht, nicht mehr. Ich bin bei 570 schon aktuell und bald gibt es wieder die Lithium. Nach 600 ist dieses Achievement hier auch geschafft und ich habe es weg. Dann fehlt ja nur noch erhöht an der Käptenstufe. Das kann ja gar nicht mal so lange dauern. Und ja, in die Top 25 muss ich noch kommen bei Events. Das wird auch noch etwas länger dauern, könnte ich mir vorstellen. Der Rest ist alles abgeschlossen. Gut, was gibt es sonst? Da hätten wir noch ein Angebot. Fangen wir mit dem an. 27 Euro für 10 Packages plus kleiner Rest. Lohnt sich nicht. Ist zu teuer. Gibt es bessere Angebote. Vielleicht einfach noch einen Monat warten, zwei Monate warten. Dann kommen die Weihnachtsangebote. Vielleicht sind die wieder übers Monat verteilt. Da gibt es sicher bessere Angebote abzustauben als in dem Fall. Und dann haben wir noch das hier für 5,50 Euro. Das finde ich gut. Kann ich nichts dagegen sagen. Es gibt ein paar Intels, sodass man quasi gleich losstarten kann mit dem Skirmish. Aber was richtig gut ist, sind 500 Kronitonen und 1300 Dilizium. Das ist für 5,49 Euro ein guter Preis. Gut, dann war es das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge schon läuft, aber ich muss gucken. Vielleicht schaffe ich es noch, dass ich es vom Tablet auch aus hochladen kann. Und da können die nur 15 Minuten lang sein, die Videos. Ansonsten muss ich es wieder über Google Drive rüberladen auf dem PC und vom PC dann wieder hochladen. Dann schauen wir mal, wie das Ganze klappt. Wie wir jetzt zeitlich dann ausschauen. Aber ich glaube, ich habe alles hergezeigt. Reise hole ich dann noch zurück. Bin ich auch gefragt worden, wie man denn zu den Reisevorräten kommt. Ja, ich habe es eh auch im Kommentar erwähnt. Einfach auf die Galaxiekarte, unten auf die Reise. Und dann kann man eine Reise auswählen. Da sucht man dann die Leute zusammen. Ich habe auch dazu ein eigenes Video gemacht, wie man es denn effektiv hinkriegen kann. Und dann halt gucken, dass man rechtzeitig die Reise zurückholt, sodass man nicht Verlängerungen zahlen muss oder die Lithium. Hier übrigens, dachte ich mir heute erst, wäre es doch super praktisch, wenn oben auch eingeblendet werden würde, wie es denn aussieht, wie viel Reiseverlängerungen man denn hat. Man sieht hier den Lithium-Stand. Aber was sie nicht gemacht haben, ist zu zeigen, wie viel Reiseverlängerungen man noch hat. Heute kann ich überhaupt nicht reden. Sorry. Denn dazu muss man ins Inventar gehen. Und irgendwo bis ans Ende scrollen sind ja über 1000 Items im Inventar. Und da muss man dann auch irgendwo runterscrollen und gucken, wo denn jetzt diese Reiseverlängerungstickets sind und sich die manuell raussuchen. Also Convenience und Tilting Point, das ist nicht auf derselben Seite zu finden. Da hätten wir jetzt zum Beispiel 11 Tickets. Wäre doch viel geiler, wenn das Ganze auch bei der Reise ersichtlich wäre. Gut möglich, dass ich die mal wieder verwende, dass ich dann wieder mal eine Mega-Reise mache. Ich schaue normalerweise, dass ich sie ohne die Lithium-Zurückrufe. Das heißt, so nach 8 Stunden irgendwas bei mir. Meistens 9 Stunden, 9,5 Stunden. Dann rufe ich sie zurück. Kann aber auch durchaus mal wieder eine Reise länger machen. Und dann würde ich die so richtig lang machen mit richtig viel Ticket-Einsatz. So mache ich es zum Beispiel gerade beim Free-to-Play-Account. Da werde ich dann auch die Reise bald zurückrufen. Die läuft jetzt über einen Tag. Da waren schon 5 Lieder dabei jetzt beim Free-to-Play-Account. Das ist schon ganz nice. Gut, ich glaube das war es. Ich habe euch alles hergezeigt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich immer noch am Tablet. Könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht überrascht mich ja auch One. Und der PC kommt früher. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 . Ciao. . . Ciao. . Ciao. . Vielen Dank.